Also, wir haben heute Gäste aus der Schweiz und wir singen jetzt zusammen ein Lied für YouTube. Machen wir nochmal hinzu die Berge. Dann gehst du die Ferne, die Ferne geht um, da steht der Kurschlein, das kennst du, um Raum von Bergen, so wie dicht und still, ja, das ist Kurschlein, an der Grünen ist. Ja, das ist Kurschlein, an der Grünen ist. Ja, das ist Kurschlein, an der Grünen ist. Ja, das ist Kurschlein. Ja, das ist Kurschlein. Ja, das ist Kurschlein. Ja, das ist Kurschlein. Ja, das ist Kurschlein.